Was geht Leute, wie ihr seht, sind wir gerade unterwegs, ja, ich trage eine Brille beim Autofahren. Marco ist direkt vor uns, der lotst uns natürlich die ganze Zeit. Wir fahren jetzt nach Welten, Bronx, mit X am Ende geschrieben. Kein Spaß. Ja, spiel nochmal zurück, spiel nochmal zurück. Hab ich schon mal gesagt, dass Close-Ups ganz schön geil sind? Ne, bis jetzt noch nicht. Close-Ups sind ganz schön geil. Geil. Aber sehr blendend. Ja, Mann. Ich sehe nur noch 120 weiße Punkte. 160. 160. Musste sein, ne? Ja, Mann. Wir sind hier gerade immer noch beim Videodrehung hier. Da gibt es jemanden, der ist sehr bekannt für die Leute, die das Hip-Hop-Video kennen. Die müssen diese Ente auch kennen. Sehr bewirnte Ente. Krasser Scheiß. Zauber. Die hat schon mehr Plakate als ich gehabt an so einer Säule. Obwohl die nur ein Feature war in dem Video, ja? Ja, auf jeden Fall. Genau, das ist die, die ihren Solo-Part hatte bei Hip-Hop. Wir fliegen doch dann. Respekt, Alter. Fette Hip-Hop-Ente. Youngster. Maggie. No, was ist?